Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Evoli. Ich wollte gerade sagen, let's go Pikachu, das ist das falsche Pokémon. Oh Gott, sind hier gerade viele Pokémon. Ihr seht gerade, ich habe hier schon den ein oder anderen Trainer hier offscreen besiegt. Einfach um das jetzt nicht in der Folge zu haben. Ich will jetzt nicht 10 Folgen hier im Mondwerk stecken. Ich habe tatsächlich, es gibt diverse Stellen, vor denen ich tatsächlich sogar ein bisschen Angst habe. Da ich da nicht die ganzen Trainer im Voraus machen kann. Und ich denke zum Beispiel, dass die Silph Co. da wieder Eider dieser Orte ist, wo ich nie rauskommen werde. Weil ich mindestens 200 Trainer da drin bekämpfen muss in der Folge. Weil das kann ich auch nicht im Voraus machen, weil da sind ständig irgendwelche Events, die ich erst... Und ja, ne, da habe ich Angst vor. Wie auch immer, Team Rockeltrüppel. Es gibt da ein paar Stellen. Aber soweit ich es kann, werde ich auch die Trainer im Voraus machen. So, ein Traumato setzt der Team Rockeltrüppel ein. Und ich, mir fällt gerade auf, dass meine Stimme ziemlich tot ist. Uiuiui. Ich habe den ganzen Tag so wenig geredet. Ich habe das nicht gemerkt. Äh, der Winter kommt. Ungeil. Mal gucken, was Knopfhensa gegen Traumato ausrichten kann. Hm, doch. Das ist auf jeden Fall, äh... Knopfhensa favoured. Weil wir schneller sind. Wären wir nicht schneller, dann hätten wir ein ziemliches Problem. Oh, oder die Hypnose kommt. Traumato, denk gar nicht dran. Da wird dein Name zum Programm und ich kriege ein Trauma davon. Äh, äh, äh. Heute kommt übrigens noch ein anderes Video. Ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon gekommen ist oder ob es noch kommt. Aber ich werde heute noch ein Video hochladen zum Thema, wie man in diesem Spiel am besten Shiny Pokémon hutet. Shiny Pokémon sind ja sowas, was man eigentlich O-Team-Rocket, was immer sehr begehrt ist. Das, das schwarze Ding da drüben, das sieht doch wie ein Fossil aus, oder? Bist du bereit, Mauzi? Hopp, hol das Fossil! Miauts! Ich werde euch da einfach mal stehen lassen. Ich wollte nur gerade gucken, nur in den, in den Kratern kann es sehr oft mal sein, dass da ein Item drin liegt. Und wenn Evolis Schwanz eskaliert, dann, äh, liegt da ein Item im Krater. Wenn nicht, dann nicht. Ja, Shiny Pokémon sind ja was, was immer sehr begehrt ist. Und je nach Spiel gibt es natürlich andere Varianten, Shiny Pokémon zu fangen. Da kommt heute noch ein Video dazu, wie das in diesem Spiel ja am besten geht. Tatsächlich würde ich sagen, ist auch mit die einfachste Variante, Shiny Pokémon zu fangen, die es bis jetzt in Pokémon gab. Mal schauen, vielleicht... Ich hab mir eh wieder überlegt, ein bisschen mehr... Oh, ich muss mich gerade umsetzen, es tut mir leid. Ich hab mir eh überlegt, wieder ein bisschen mehr zu streamen vielleicht, ob man da vielleicht den einen oder anderen Shiny Hunt-Stream macht. Ist eine Überlegung wert. Werden wir sehen, wenn es dann wirklich so ist. wird es dann natürlich auch alles als Replay auf meinem Kanal geben, falls es denn kommt. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Mein Plan im Moment, mein, äh, es ist ziemlich voll. Ich bin diesen Monat tatsächlich jeden Tag am Arbeiten. Ich hab so gut wie keinen freien Tag dazwischen. Ist, ja, man kann sich darüber streiten, wie toll das ist. Allerdings gibt es am Ende des Monats natürlich auch entsprechendes Geld. Und Geld ist nicht alles, aber mit Geld kann man schon sehr viele Sachen machen, ne? Und unser Kokuna entwickelt sich wundervoll. Oder wie einst ein sehr kluger Mensch sagte, Geld allein macht nicht glücklich, aber vom Geld kann man sich einen Jetski kaufen. Und hast du schon mal einen traurigen Mann auf einem Jetski gesehen? Wir haben einen Bibor, wundervoll. Werde ich nicht benutzen, denke ich. Äh, seine Werte sind einfach... Ne, Bibors Werte... Ne, ich hab in der letzten Folge, glaube ich, noch darüber geredet, dass ich Bibor schon, äh, vermutlich ins Team nehmen werde. Aber die Werte... Es macht halt später überhaupt nichts mehr mit seinen Angriffen. Halt, stopp, Finger weg! Ich habe diese Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Wer zuerst kommt, mal zuerst! Ich wollte eigentlich zu dem Krater da rechts, um zu gucken, ob da was ist, aber wenn... Du, okay, Miguel... Ähm... Dann räume ich halt dich aus dem Weg. Habe ich jetzt... Tatsächlich auch nicht so das Problem mit. Äh... Ich klopp einfach mal mit Säure drauf. Das wird schon irgendwie... Das muss schon irgendwie... Und wir kommen tatsächlich schneller durch den Mondberg, als ich dachte. Wobei das... Auch damit zusammenhängt, dass ich... Den Mondberg mittlerweile ziemlich auswendig kenne. Autsch, kannst du bitte nicht. Und ich deswegen die ganzen Abzweigungen, die mir nichts bringen, nicht... Nehme und mich deswegen nicht verlaufe und wir deswegen ganz schnell da durch sind. Was ich mir gerade überlege ist, gibt es den geheimen Ort, den es in Silber und Gold, beziehungsweise Hardgold und Soulsilber gab hier in dem Spiel? Vermutlich nicht, weil in Gelb gab es den ja nicht und es ist ziemlich auf... Das Spiel basiert schon ziemlich auf Gelb. Und ich werde mal... Radfratz einsetzen. Ich habe in meinem Hauptspielstand, also in meinem privaten Spielstand, habe ich eine Radikal und das... Alter Schwede! Das viel rasiert schon ganz schön. Ist zwar ein Alola-Radikal, aber... Ich meine... Äh... Oh. Ich dachte, mit Step und so würde es ein bisschen mehr Schaden machen. Tatsächlich gar nicht so. Vielleicht muss da doch Evoli ran. Oh. Okay, das wird überhaupt nichts. Das sehe ich schon. Ich meine, ja. Nicht sehr effektiv und so, aber ich dachte... Ne, ist das so süß! Außerdem ist Evoli viel toller als Pikachu. So, jetzt habe ich die Hälfte aller Menschen getriggert. Komm, Doppelkick ist sehr effektiv. Das... Oh, und der sehr effektive Crit. Let's go! Oh, das ist die Sprache, die ich spreche. Gibt es in Let's Go Pikachu und Evoli eigentlich ein Evolid? Na, vermutlich nicht. Na, schön, teilen wir es. Es gibt ein Fossil pro Kopf, aber bloß nicht gierig werden. Darf ich trotzdem erst hier gucken, ob es hier noch versteckte Items... Nein, gibt es nicht. Wir werden natürlich Lord Helix mitnehmen. Ich meine, wir sind hier immer noch auf YouTube, ne? Ich bin zwar ein riesen Kaputops-Fan, aber das habe ich in meinem Privatspielstand schon. Auf YouTube muss natürlich der Playthrough mit Lord Helix. Dieses Gefühl, äh, dieses Fossil gehört uns, klar. Und wie? Wann hast du uns überhaupt überholt? Hä? Unverschämtheit. Ich bin Jesse. Und ich bin James. Miauts, genau! Zusammen sind wir Team Rocket und wir werden uns zurückholen, was wir rechtmäßig erklauen wollten. Rechtmäßig erklauen. Das ergibt Sinn. Und nehmen wir unseren ersten Doppelkampf. Die beiden haben, wie im Anime, Rettan und Smogon. Wir gehen mit Knofenza und Bibor ran. Anscheinend, weil... Ja, es sind halt die ersten beiden Pokémon, die ich hatte. Säure trifft sogar beide. Das ist ziemlich cool. Und dann gehe ich mit Duonadel auf Smogon, würde ich sagen. Oh, Rettan geht auch auf Säure. Es trifft natürlich logischerweise auch beide. Ha. Irgendwie... Machen wir keinen Schaden. Ich sehe die Problematik. Auch wenn wir beide Pokémon mit unserem Angriff treffen. Lässt der Schaden, den wir im Endeffekt machen, doch zu wünschen übrig. Los, Evoli! Äh... Tatsächlich macht Evoli mit seinen Step-Angriffen ziemlich guten Schaden. Gerade am Anfang vom Spiel. Äh... Und dann gehen wir... In Giftstachel, denke ich. Keine Ahnung. B-Boy ist halt nutzlos. B-Boy ist halt nur einfach da, um... Da zu sein. Äh... Was ist das denn? Nee. Ich wollte eigentlich keine Runde verschwenden, indem ich es auswechsel, aber das... Äh... Nee. Es wird ausgewechselt. Geh weg, B-Boy. Mach Platz für jemanden, den kämpfen kann. Mist, ich habe niemanden im Team, der kämpfen kann. Mein Team lässt tatsächlich noch etwas zu wünschen. Übrig, vielleicht werde ich offscreen ein bisschen Pokémon fangen, um zu leveln. Und die dann verschicken, oder so. Irgendwie... Also glücklicherweise macht Team Rocket ja auch keinen Schaden. Aber wir... Ach, genauso wenig. Ich kloppe erstmal alles auf Smogon. Ich will das erstmal aus dem Weg haben. Vermutlich wäre es klüger gewesen, Rettan zu fokussieren. Weil das halt Säure kann, was beide trifft. Aber Smogon war halt ein bisschen niedriger von den HP und... Ja... Gift ist jetzt natürlich eklig. Das möchte ich nicht. Kannst du bitte aufhören damit. Und dann Schnabel auf Rettan. Denn der Tackle auf Smogon wird reichen. Wunderbar. Kein Level ab, kein Level ab. Nee, Habitat kriegt auch so viel Schaden, ne? In Germany we call it uncool. Damit Rettan jetzt erst nur umgedoppelt kickt. Kriegt hier noch einen Schnabel ins Gesicht. Also literally... Ah, der Schaden lässt definitiv zu wünschen übrig. Und da geht Habitag hin. Zum Glück spiele ich hier keine Nasslock. Los, Pikachu, mach was. Mach einfach irgendwas. Es ist mir egal, was du tust. Donnerschock ist weg. Uh, der Crit. Gute Sache. Ah, es reicht nicht. Aber... Evoli überlebt das Ganze easy. Easy. Und dann kriegt Rettan einen Ruckzuck-Hieb ab. Und dann kriegt Rettan noch einen Ruckzuck-Hieb ab. Weil ich's kann. Wunderbar. Also gar nicht so wunderbar war der Kampf. im Endeffekt. Aber er war... Okay. Denk ich. Ich glaub das einfach nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind. Das war wohl wieder ein Schuss in den Ofen. Oh, und wenn ihr da links unten das... das... ähm... Evoli... Ding seht, dann... will Evoli spielen. Evoli schaut genervt aus der Wäsche. Oh, und das ist... Oh, das ist so süß. Nein, willst nicht? Wo willst du denn gestreichelt werden? Am Schwanz. Das... Es ist so unfassbar süß. Ich kann es den ganzen Tag machen. Ah, es ist so goldig. Ah! Hab ich irgendwelche Heil-Items dabei? Medizin-Tasche. Wir haben Trank für Evoli. Und wir haben auch Gegengift. Wunderbar. Dann kommt Evoli gleich wieder an die erste Stelle im Team. Ich werde offscreen ein paar Pokémon heilen. Dann, ähm... Schaut auf jeden Fall in das Shiny-Hunting-Video rein, das heute noch kommen wird. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ihr gerne lasst ein Däumchen da rum. Da würde ich mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu befassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao, ciao. Pipi, geh weg. Pipi, geh weg.